Und damit herzlich willkommen zurück zu Game of Thrones. Du bist alles, was mir noch bleibt. Ich werde tun was am besten. Ich hätte mir da froh drin. Du bist alles, was mir noch bleibt. Onkel. Ja, hoffentlich. Lord Forrester wollte, dass du weißt, ich habe eine wichtige Botschaft. Erstmal mit dem Dramatisch einfach. Du hast eine Pflicht gegenüber Lord Forrest Duffel. Ich wollte dir sagen, wo ist der, äh, was ist der Nordheim? Äh, ich habe es niemanden gesagt. Nein, natürlich nicht. Ich habe niemanden gesagt. Gut gemacht. Lord Forrester war richtig, dass er sich in dich verletzt hat. Von diesem Tag vorhin, das wird unser Geheimnis sein. Aber bald, ich werde deine Hilfe brauchen. Ich kann noch nichts mehr sagen. Ich weiß nur, dass die Nordgrove sehr wichtig ist für die Zukunft. Okay. Ich werde Erden verdienen. Ich werde dich stolz machen. Na, dann werden wir uns mal auf große Reise begeben. Wir nehmen mal die Halskette. Be safe. Oh weh, oh weh, aber wie ist das hier alles noch? Wird. Aha, jetzt bin ich mein Isen. Ich kann ihn nicht finden. Könntest du? Er schiebt zu gut. Und wenn du smart gewesen wäre, würde er sich selbst herausfinden. Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Oh Gott. Er hat mich gefunden. Ja, bin ich. Ich habe gewonnen. Er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Gut gemacht, Ryan. Er hat mich gefunden. Es ist nur ein Spiel, Ryan. Es ist ein Spiel. Ich mag es nicht. Er hat Angst, dass du weg bist. Er hat Angst, dass du weg bist. Ich dachte, dass er dich nie wieder findet. Ich bin gerade hier. Und ich versuche, dass ich nicht irgendwo gehe. Gareth ist schlau. Er kommt schon klar. Gareth ist stark. Gareth ist stark. Er kann sich schauern. Niemand wird mir sagen, was Gareth getan hat. Aber es muss wirklich ernst sein. Ich hörte, Duncan und Sir Roiland sprechen. Sie sagten, dass jemand hier kommt, um eine Revenge zu kommen. Jeder ist über dich. Aber ich bin nicht. Ich weiß, dass du uns schützen kannst. Wer hat gesagt, dass sie mich überrascht haben? Na, Sir Roiland für einen. Er sagt, dass du nicht so gut kämpfen kannst. Was? Und er schießt dir eine Milchsoppe. Mischgesicht dafür wieder bestraft. Er unterschätzt mich mir. Egal, was er gesagt hat. Er unterschätzt mich. Er ist etwas ernst. Er sagt, es ist ja auch neme Worte. Er sagt, dass wir jetzt hier alle hier spielen. Du, ich, Roderick, Asha. Wir würden uns hier alle hier schon Stunden STinden. Ich wo war? Ihr seid noch nie. Wir hatten so viel Spaß. Aber dann, dann wurde alles geändert. Roderick so sehr. Der Herr in der Worte. Ich will mich nicht ändern, ich werde mich womöglich ändern müssen, ich muss fest, dass ich mich nicht ändern werde. Aber, seit du deinem neuen Lord, kannst du alles tun, was du möchtest. Und jeder wird es tun, wie du sagst. Also, ich kann alles die Süße, die ich will. Nur mit diesem einfachen... Wir haben einen schönen Freund, dass ich mich nicht so viele wie du willst. Aber Ethan wird ein guter Lord, ein properer Lord. Wie viele, wie du möchtest, ja. Wirklich? Natürlich, warum nicht? Oh Gott, jetzt haben wir uns richtig was noch verärgert. Oh, was denn jetzt? Geh mit ihm, bleib hier erinnern, wer der Lord ist. Äh, puh, keine Ahnung, erinnere ihn dran. Okay, also es ist egal, was wir gewählt haben oder hätten. Wir hätten eh gehen müssen. Okay, das ist jetzt komisch. Aber jetzt bin ich gespannt. Äh, sag ihm, dass er gehen soll. Ich kein damit umgehen. Was soll ich ihm sagen? Äh, was soll ich ihm sagen? Was soll ich sagen? Ja, sag ihm, und seine Männer zu gehen. Jetzt ist nicht der Zeit, dass Herr Lord Whitehill mehr als er ist. Er hat fünfmal so viele Männer. Und die Backung von Haus Bolton. All die mehr reason für uns selbst stehen. Nur cowards und deaden. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 5. Rundat. Es geht. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 10. 6. 10. 9. Dank ihm. Ist das Held gestorben? Stellt mich nicht auf die Probe. Wir können jetzt sagen, es ist das Held gestorben. Wir bleiben ruhig und sachlich. Verzerrung, beruhigt euch, holt etwas Brot oder sagen wir nichts, aber beruft euch. Wir haben noch nicht mehr Zeit, wenn wir zurückkommen. Wir sind die Macht im Norden. Reus Bolton ist der Wartner des Norden. Ja, und wir haben seine Bannermen für fünf Jahre alt. Du Scheiße. Herr Ethan, du verlierst das Kontrolle. Vielleicht, wenn du nicht so grüßig mit dem Ironwood warst, Dinge würden würden zwischen uns anders sein. Du schweigst deinen Schein. Unsere Schein wurde von uns genommen. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl, aber die Hälfte, was noch übrig ist. Was ist das, was du willst, Lord Whitehill? Hm, der wieder. Ich weiß nicht, dass er noch nicht so ist. Ich habe seine Familie. Er hat getan, was jeder Mann tun würde. Sie haben zuerst anglauben. Wie antwortet ihr für euren Ernst? Ich habe mich daran gemeldet. Ich habe mich daran影響. Ich habe mich daran umgesetzt. Ich habe mich daran gemacht. Ich habe mich daran gemacht. Ich bin dran und er will. Er ist Dönlich einesdi superficies. Er ist Dönlich einer zänen. Wo ist der shit? Wer hat meinen Menschen zerbüßt? Ich weiß, er ist hier. leaves mir eine Wartner, Ich habe mich daran gemacht. Ich habe mich daran gemacht. Ich habe mich daran gemacht. Er ist vorbeizt und es ist fertig. Er ist weg. Was? Sie ist weg? Das war meine Schuldigte, Ich habe einen Mann, und du hast mich davon geplant. Ich bin nicht weg, bis ich meine Justiz habe. Jetzt bringe mich den wunderschön, der hat es getan, oder du antwortest an Ruth Bolton. Welche Haus ist das? Eine Haus von honorable Menschen. Frau Forrester? Das wird gleich ganz gut. Du wunderschön, Herr Whitehill. Habt ihr verletzt, eure Manners? Ich meine, keinen Bezweck zu dir, meine Frau. Ich habe dich überrascht, meine Damen und Herren. Aber das... Das ist nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn mein Sohn sagt, es ist. Vielen Dank. Ich habe genug gehört. Vielen Dank. Wunderschön, du hast eine Fertelbeinung. Was ist das. Dafür ist ein Verletzt, was ich da gemacht, mein hmmmer Sie? Dage ich mich zu den crownen. Aber du kannst bist ja, ich werde ihnen noch einmal zu. Hüsst dich nicht zu. Sie sind? Das ist schon ganz gut. Ich kann mich zu gerne. Mach das wie du möchtest, Herr Whitehelm! Was ist hier so? Oh, was ich habe hier drauf? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, so, jetzt können wir die Mira spielen. Okay, Kohlempfanne. Okay, das war anscheinend nichts. Eisenholztruhe. Gucken wir uns mal genauer an. Mal sehen, was hier drin ist. Geschnitzter Eisenholzbaum. Interessant. Oh, Eisen. Was ist das? Rosengartenbrosche. Und ein unfertiger Brief. Wir lesen ihn mal. Okay, haben wir alles in der Küste. Durchgewühlt. So, was gibt's denn noch hier? Ein Buch. Verstaubtes, anderes Buch. Ach, das wusste du bestimmt. Okay, also wir gucken. Das ist mal schnell. Brief von Mutter. Hoch. Was ist wunderschön. Was ist wunderschön. Das ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber du musst zu Lady Marjorie intervenieren. Sie ist unsere beste Hoffnung. Und sie kann ein körperlicher Alli sein. Es ist auch immer wieder. Auch wenn deine Familie so sehr schwierig braucht. So, gehen wir mal zur Tür. Mal gucken, wer uns jetzt hier stört. Lass ihn eintreten Wir sind mal nicht so Sieht ja ganz nett aus Ich mache mir Sorgen, mir geht es gut Ich möchte lieber nicht Ich mache mir Sorgen Ich bin ihre Zoo, wird das allgemein bekannt Das ist nicht der richtige Zeitpunkt Warum sagst du mir das, dass sie belauscht? Worüber haben sie gesprochen? Will you? Mach's gut. Kommt gleich der Nächster. Ich bin mal gespannt, worüber sie reden möchte. Entschuldigung. Erstmal das Lerne. Vielleicht können wir ja später nochmal mit ihr reden. Drüber so im Gang zwischen Türen angehen. Das ist nicht besonders gut. Du musst verstehen, dass es die Grenzen gibt, was ich sagen kann. Especially hier in King's Landing, jetzt ich bin König. Eine Handmaid aus dem Norden, die Familie kämpft für Robb Stark. Es stellt Fragen an die Zeit, die ich wenigstens kann. Cersei selbst cornered mich heute Morgen aus der Royal Seft. Wie habt ihr geantwortet? Was soll ich sagen? Ich werde nicht tun, was ihr von mir verlangt. Es gibt nichts, was ich da sagen. Keine Ahnung. Oh Gott. Das kacke ich bestimmt jetzt jämmerlich. Das kacke ich nicht. Danke.